Im Grunde hat die Heilige Messe zwei große Teile. Wir haben jetzt den Wortgottesdienst besprochen. Man sagt manchmal, der Tisch des Wortes ist reich gedeckt in der Messe. Der zweite Teil ist der Tisch der Gaben, der jetzt gedeckt wird. Da kommt die Altarbereitung. Die Ministranten bringen dem Diakon, dem Priester, die Gaben von Brot und Wein, die dann gewandelt werden in die Gegenwart des Herrn. Das ist auch eine Folgerichtigkeit. Derjenige, der das Wort Gottes in Person ist, der schenkt sich jetzt in den Gaben und wird gewissermaßen Fleisch, wie es im Johannes-Evangelium heißt. Gott ist Fleisch geworden in Christus und er hat uns hinterlassen. Das bin ich jetzt in Brot und Wein in meinen Gaben, ganz konkret, sodass ihr mich empfangen könnt.